Okay, also wir haben uns folgendes gedacht, weil ihr ja Musiker seid und Horst und ich auch gerne Rock'n'Roll hören. Ihr spielt uns ein Lied und dafür gibt es ein Essen. Ist das korrekt? Ah, super. Abgeben. Das war ja früher auch so. Ja, selbstverständlich. Alles versprochen. Zum Eingrooven aber schauen wir uns nochmal an, wie das in den 60er Jahren war und dann vergleichen wir direkt mit heute. Das war ja früher. 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 Das war ja früher.